Das hätten wir jetzt auch geklärt, das war jetzt auch gerade für den Arsch. Dann gehen wir jetzt hier runter und sammeln noch das Zeug ein. Vier, fünf Stück, aber das war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. So, hier können wir, hier haben wir eine Gabe, ein Opferaltar, hier können wir sechs Quarz opfern. Obwohl die ja so relativ wertvoll sind, damit wir unser Huger nämlich ein bisschen aufbessern können, aber wahrscheinlich wurde das hier schon mit einkalkuliert. Wir geben sechs Quarz. Ja, das war der Zwergenaltar, Hofgrad, Altar. Ja, das war der Zwergenaltar.